Hallo, mein Name ist Mel. Ich bin Richard. Und wir sind Teil von It's About Fitness.de. Wir stellen euch verschiedene Kochrezepte vor und zeigen euch, wie ihr daheim gesund und günstig das Ganze nachgucken könnt. Wie ihr schon seht, sind wir zwei waschenste Saarlander. Und wir versuchen das natürlich so ein bisschen in unsere Kochrezepte einfließen zu lassen. Aber auch nicht zu viel. Wir sparen uns das Fitnessstudio und trainieren zu Hause. Und da können wir euch auch ein paar interessante Übungen zeigen. Richard und ich, wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit. Wir trainieren ganz gern zusammen, kochen zusammen und zeigen euch hier auch ein paar von unseren Lieblingsgerichten, mit denen wir gute Erfahrungen mit haben. Also, wir sehen uns auf it's about fitness.de.